Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Tja, in dem heutigen Video möchte ich mal meine Meinung zu der aktuellen Bot-Problematik in WoW Classic sagen. Die Problematik ist einfach, es gibt sehr viele Gold-Seller mittlerweile in WoW Classic, die quasi durch verschiedene Möglichkeiten, sei es über Bots oder über irgendwelche Firmen oder irgendwelche Leute für sie fahren oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich will mich da irgendwie auch gar nicht so auf die Details verschreifen am Ende. Ich weiß nicht genau, wie das alles abläuft. Ich denke auch, niemand weiß so wirklich, was da im Hintergrund genau abläuft. Auf jeden Fall, am Ende des Tages wird damit Kohle gemacht, dass quasi WoW-Gold an die Spieler verkauft wird. Und das wird halt einfach in zunehmendem Maße mit Bots gemacht. Das heißt, mit automatisierten Programmen, die in WoW Classic umherrennen und vielerlei Dinge machen. Keine Ahnung, manche von denen fahren einfach in der offenen Welt irgendwelche Viecher. Manche von den Bots sind mittlerweile schon so intelligent, dass sie quasi Boost-Runs alleine durchführen können. Und an der Stelle werden wir uns hier auch direkt mal ein Beispiel angucken. Ja, weil es ja irgendwie anscheinend immer so die Behauptung anscheinend gibt oder weil es so viele glauben, dass quasi Bots nicht in der Lage wären, quasi eine Inni irgendwie zu machen alleine. Ja, wir gucken hier einfach mal rein. Das ist quasi ein Video, was mir gestern im Livestream auf Twitch geschickt wurde. Hier auch nochmal der Link zu Twitch, schau vorbei. Wir sehen hier quasi ein Bot anscheinend, der in Zulgurub hier mit einem Hack irgendwie, Flying Hack oder Clip Hack, keine Ahnung wie man das nennt. Ihr seht hier quasi in den Himmel rein verschwindet und jetzt quasi einfach ganz gemütlich in Zulgurub hier die halbe Inni pullen wird. Und wir sehen hier, er wird sich dann quasi, wenn er wiederkommt, wird er sich hier an die Ecke positionieren. Ja, und in dem Video ist auch so ein bisschen kommentiert. Das werde ich auch unten verlinken, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Die Kollegen haben sehr viele Boost Runs bei dem Typen hier gemacht. Und der Char hier agiert wirklich in jedem Run, der gemacht wird, in jedem Pull genau gleich. Ihr seht hier, er stellt sich genau an die gleiche Kante hin, genau an die gleiche Kante zurück. Er hat quasi auch während der Runs anscheinend nie irgendwie gefällt oder so. Ist quasi wirklich quasi automatisiert, die ganze Geschichte. Ja, das heißt, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, ey, wo kann man einen automatisierten Bot am besten hinstellen? Wo ist quasi die Möglichkeit am geringsten, dass da irgendwas schief gehen kann beim Pull? Und anscheinend ist das quasi hier der Fall an der Stelle, ja. Und alle anderen Dinge werden auch automatisiert irgendwie gemacht anscheinend. Am Anfang mussten sie irgendwie Gold traden hier, sonst ging der Run nicht los und solche Geschichten. Das heißt, ja, die Bots sind anscheinend auf jeden Fall in der Lage, auch komplexere Aufgaben zu erledigen. Das heißt, irgendwelche Boost Runs zu machen, mit Spielern zu interagieren und so weiter. Und genau, also das auf jeden Fall schon mal zu der Thematik. So, jetzt hat quasi Blizzard gemerkt, okay, die Community regt sich immer mehr drüber auf. Die Community nimmt immer mehr Bots im Spiel wahr. Sei es in der offenen Welt oder auch, wenn man quasi dann nachts um ein Uhr mal guckt, wer so in den ganzen Innis rumeiert. Da sind halt mega viele Bots anscheinend am Start. Und hat quasi dann hier reagiert. In einem Blue Post, den ich euch auch unten verlinken werde. Wo sie quasi einfach gesagt haben, hier so, ja, es ist quasi gegen ihre Euler oder wie man das hier nennt. Und, ähm, ja, dass wir quasi einfach weiterhin sie reporten sollen, ja. Und, ähm, dass quasi das Right-Click-Reporting quasi, ähm, ja, einfach die beste Möglichkeit wäre für die Spieler, um eben Blizzard darauf aufmerksam zu machen, dass hier jemand irgendwelche unfairen Bot-Methoden verwendet oder halt eben kein echter Spieler ist oder wie auch immer. Und, äh, hier haben sich auch einige schon drüber aufgeregt und auch wieder drüber gemacht und gesagt, haben halt quasi gesagt, naja, das kann es ja nicht wirklich sein. Das ist ja nicht wirklich eine adäquate, ähm, Antwort auf die Thematik irgendwie. Und, ähm, ja, was soll man da kurz so sagen? Ist im Grunde genommen, ähm, natürlich ein bisschen lächerlich die Antwort, kann man schon irgendwie so sagen. Ich meine, jeder von uns, ähm, kennt die Rechts-Click-Report-Funktion wahrscheinlich schon und, äh, jeder von uns, ähm, wird die auch schon mal verwendet haben eventuell. Und, ähm, ich hab auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie wirklich auch über mehrere Tage die gleichen Bots schon reportet haben, diese aber nicht gebannt worden sind. Und, äh, das heißt, die ganze Rechts-Click-Report-Mechanik anscheinend in vielen Fällen einfach gar nichts bringt. Ja, das ist quasi also hier die Antwort von Blizzard. Ähm, keine Ahnung, ob ihnen wirklich da, äh, die Mittel fehlen oder nicht. Ja, ob man da irgendwie, es gibt verschiedene Theorien. Manche sagen, dass man Bot-Accounts nicht effektiv wegbannen kann. Ja, weil sobald quasi, weil, also quasi ein Bot kann, äh, immer wieder neue Bots quasi hochzüchten, mehr oder weniger, auf frischen Accounts, die dann quasi noch nicht des, äh, Hackens oder Cheatens überführt worden sind oder noch nicht reported worden sind. Und, ähm, immer wenn man quasi eine Bot, äh, Welle quasi gebannt hat, dann wird schon wieder die nächste herangezüchtet. Ähm, es gibt einige Leute, die, äh, die sagen, dass Blizzard kein Interesse daran hätte, die Bots wegzubannen, weil quasi ein Account auch immer ein, ähm, bezahlter, äh, Abonnent von Blizzard ist, so in der Art. Ähm, dann wiederum gibt's schon Leute, die sagen, naja, das stimmt aber auch nicht so wirklich. Denn diese Accounts, worüber die, ähm, Bots quasi gemacht werden, sind oft Accounts, die mit, ähm, gefälschten Kreditkarteninfos erstellt werden, ja. Habe ich auch schon gehört. Also, äh, darum, äh, diese Leute, die jetzt sagen, ja, Blizzard will doch nur Kohle machen und so weiter. Keine Ahnung, kann sein, ja, muss aber auch nicht sein. Wie gesagt, gibt's ja Leute, die das auch widerlegen irgendwie. Ähm, ich will mich da wirklich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich will weder sagen, dass das eine noch das andere stimmt. Ich will euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es einfach viele, viele, äh, Spekulationen gibt letztendlich auch. Und wir als, ähm, Enduser, als kleiner Gamer werden am Ende sowieso nie verstehen, was genau im Hintergrund genau abgeht. Wie die Firmen agieren, wer davon profitiert, wo die Firmen hocken. Ähm, ich möchte, wie gesagt, auch gar nicht so genau sagen, wie es ist oder wie es nicht ist. Ich möchte einfach nur sagen, die einzige wirkliche Lösung, die es wahrscheinlich gibt für die Problematik ist einfach, kauft kein Gold, ja. Mehr kann ich euch an der Stelle nicht so sagen, weil ich einfach, ähm, für mich persönlich denke, wenn es keine Nachfrage für Gold gibt, gibt es auch keine Leute, die es euch verkaufen werden, ja. Dementsprechend, ähm, kauft kein Gold irgendwie. Und, äh, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Gold gekauft. Ich werde auch nie Gold kaufen und würde auch nie Gold kaufen, weil ich viel zu viel, äh, Schiss davor hätte, dass mein Account gebannt wird. Und deswegen, das ist einfach nur das, was ich euch sagen kann an der Stelle. So, und jetzt gehen wir mal weiter zu dem nächsten Hotfix, der quasi danach kam, ja. Äh, und das ist quasi jetzt auch das eigentlich, oder, oder, also das resultiert aus dieser Bot-Problematik im Grunde genommen, ja. Äh, das Ding ist halt einfach, Blizzard hat sich anscheinend irgendwie überlegt, okay, wie können wir diese automatisierten, ähm, Mechanismen so ein bisschen eindämmen, dass quasi die ganzen Bots irgendwie auch, ähm, wie gesagt, diese Boost-Runs irgendwie machen und endlos immer in den Instanzen sind und endlos Gold farben und haben halt einfach mal gesagt, okay, wir, ähm, führen einen Change ein, dass man nur noch 30, äh, quasi, äh, Dungeon-IDs pro Tag machen kann, pro Account, ja. Ähm, ähm, weiterhin, äh, besteht quasi auch ein, ähm, ID-Log, äh, man kann nur, ähm, quasi, äh, 5 pro Stunde machen, ja. So wie es quasi immer schon war in Vival Classic. Und jetzt kommt dabei eben noch der 30, äh, ID-Log pro Tag, pro Account hinzu. Und das Wichtige an der Geschichte auch, das betrifft nicht nur normale 5-Mann- oder 10-Mann-Indies, sondern eben auch eure Rates, also auch BWL, AQ, ZG, alles, was man eben so machen kann. So, wir haben hier also einen wirklich, äh, ja, kann man schon sagen, fundamentalen Change in Vivalid Classic. Und, ähm, ich hab jetzt gestern auf Twitch mich, äh, mit vielen, vielen Leuten schon darüber unterhalten, hier auch nochmal meinen Twitch-Kanal eingeblendet. Ich bin nochmal Sonntag, Dienstag und Donnerstag live ab 19 Uhr bis ungefähr 12 Uhr. Schaut Gürne vorbei! Und, äh, da meinten sehr viele so, ja, die Pfeiler, ah, ist doch irgendwie kacke, ähm, jetzt so der Change, ähm, beeinträchtigt jetzt so das, das Gameplay von so vielen Leuten, weil so viele mittlerweile schon irgendwie, ähm, zu Gurub grinden, so viele zu Pharah grinden und, äh, dann kann man sich nicht mehr endlos hochboosten lassen und so weiter. Und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist einfach, ähm, ich find den Change hier echt nicht schlimm, ja. Er ist natürlich ein bisschen an der Thematik vorbei, ja, die Kritik verstehe ich. Er wird wahrscheinlich die ganzen Botter und so weiter nicht so mega beeinträchtigen, weil die auf jeden Fall andere Wege finden werden, sich noch mehr Accounts hochboten werden und so weiter. Ähm, ist wahrscheinlich an der Stelle wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das stimmt, ja. Aber, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ähm, dass dieser Change quasi das Gameplay für die ganzen armen Magier versauen wird, die quasi den ganzen Tag zu Gurub, äh, Bee Juice farben, ganz ehrlich, Freunde der Nacht, kann ich nicht nachvollziehen. Ihr könnt mit dem ganzen Change ungefähr immer noch sechseinhalb Stunden am Tag quasi komplett Dungeons durchgrinden. Und wie gesagt, meiner Meinung nach kann mir keiner erzählen, dass der Otto und Normal-Spieler unter euch jeden Tag auf Teufel komm raus, sechs Stunden Dungeons grindet irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, ähm, diese ganze Boost-Thematik, ja, dass jeder nur noch irgendwie sich über Dungeons hochboosten lässt von irgendwelchen Magiern dafür abnormale Goldbeträge bezahlt irgendwie. Ähm, und auch, dass jeder einfach nur noch sein Gold in irgendwelchen, äh, Inis farmt irgendwie so. Äh, Leute, das hat einfach auch Ausmaße angenommen, so, ne. Das ist halt auch einfach, das hat auch nichts mehr mit Classic zu tun irgendwie, ja, weil viele sagen, äh, es gab ja irgendwie einen Change und die haben doch gesagt, sie wollen nicht so viel am Spiel verändern. Leute, ihr verhaltet euch auch nicht so wie die Leute von 2005, ja. Ihr verhaltet euch auch einfach komplett anders irgendwie. Die Spielermentalität hat sich halt nun mal komplett verändert. Und ich kann das schon verstehen. Ja, ich kann das schon verstehen. Ich selber hab mir auch diese Farms angeschaut und ich selber hab da auch manchmal Freude dran, ja. Aber ich beschwere mich jetzt auch nicht, wenn Blizzard sagt, ey, so in diesem Ausmaße, was die Spieler da momentan machen, was da für Goldbeträge erfarmt werden von den Leuten, das war so nie geplant, das war so nie gedacht irgendwie. Und ich finde es absolut nicht schlimm, dass wir quasi hier einen Cap bekommen. Äh, ich meine, ihr könnt immer noch sechs Stunden am Tag irgendwie Dungeons grinden irgendwie. Und wer dann immer noch nicht genug hat irgendwie, also keine Ahnung, ähm, dann geht von mir aus wieder in die offene Welt irgendwie, farm da. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich WoW Classic eigentlich immer so gefeiert habe, ja. Weil wir eine belebte, aktive, geile Open, äh, World haben, wo Leute herumreiten, wo Leute farmen, wo Leute PvP machen, wo Action abgeht und nicht, wo hunderttausend Magier in Full Group alleine rumstehen und Gold farmen, Leute. Und das kann einfach nicht der Sinn vom Spiel sein irgendwie, dass jeder sich am Ende in der Indie befindet, sei es beim Hochleveln, sei es beim Gold farmen irgendwie und in der offenen Welt geht gar nichts mehr ab. Deswegen spielen wir alle kein MMO. Dann können wir auch Singleplayer spielen. Deswegen, das ist wirklich meine ehrliche Meinung an der Stelle und ich hab mich, ich weiß, einige Leute, die sind so ein bisschen mad über den Chains, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich komplett anders verhält in dem Spiel, als es eigentlich mal gedacht war von so einem Verhältnis her, dann finde ich, kann man sich nicht drüber beschweren, wenn dann ein Change kommt, der dieses Verhalten ein bisschen sanktioniert. Und wie gesagt, Leute, ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sagen, dass die Leute, die sich einfach nur ihren Char boosten lassen wollen, quasi jetzt darunter leiden. Leute, Boostings sind ein Teil der Problematik, okay? Die Goldverkäufer boosten euch für abnormale Goldsummen, verkaufen euch das Gold dann zurück, dass ihr quasi auf irgendwelchen shady Seiten kauft, damit ihr euch quasi mit neuen Chars die Boosts wieder leisten könnt. Ja, das heißt, die ganze Boosting-Thematik und die ganze Inni-Geschichte, was die Mages da drin machen, ist ein Teil der Problematik. Ja, es ist ein Teil des Problems. Also, wie könnt ihr euch darüber aufregen, dass das quasi jetzt darunter leidet? Natürlich gibt es da draußen auch ehrliche Spieler, die einfach Bock haben, ihr Gold über zur Guru und so weiter zu farmen. Ja, die vielleicht einfach mit dem wachsenden Nachfrage nach viel Gold mithalten wollen, natürlich werden die ein bisschen darunter leiden. Aber Leute, ich kann euch einfach sagen, ein Großteil der Leute, die jetzt quasi darunter leiden werden, sind Leute, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag in irgendeiner Inni rumhocken und andere Leute boosten oder Leute, die sich selber boosten lassen und dafür sorgen, dass quasi Leute, die neue Charts hochleveln, keine Gruppen mehr finden und dazu gezwungen werden, sich auch boosten zu lassen. Ist quasi also ein Kreislauf, der dazu führt, dass die Leute immer mehr Geld für Gold ausgeben und immer mehr Gold im Spiel benötigen. Und deswegen ist einfach nur komplett weird, sich quasi jetzt darüber aufzuregen, dass man jetzt sowas nicht mehr machen könnte. Gut, das war wie gesagt meine ehrliche Meinung zur ganzen Thematik. Ich finde einfach, wir sollten uns wirklich jetzt auch mal wieder auf die wesentlichen Spielinhalte zurückkonzentrieren und einfach Spaß am Spiel haben, Leute, konzentriert euch auf die schönen Dinge, irgendwie so. Wie gesagt, ich kenne immer noch kein Spiel, wo ich mich lieber einloggen würde jeden Tag als im WoW Classics, sollten wir nicht vergessen an der Stelle. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf die Debatte wieder. Ich denke, hier wird es sehr viele verschiedene Meinungen geben. Und Leute, aber einfach, wie gesagt, bitte entspannt und versucht euch auf die guten Dinge zu konzentrieren. Und das versuche ich auch in meinen Streams auf Twitch. Ich bin da immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag live ab 19 Uhr. Link hier auch nochmal, der erste Link in der Videobeschreibung. Und was mir auch aufgefallen ist, Leute, viele, die meine Videos schauen hier gerade, haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann seid ihr immer up to date und verpasst keine neuen Videos. So, in dem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Defi-Larmen. Ciao, ciao.